Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Wissen Sie, wo ich blau gestreifte Händen kriege? Eine Weisheit des Tages. Sei immer froh sein. Oh, sei immer froh sein. Danke. Schön, dass Sie vorbeikommen. Ihre Weisheit des Tages. Weisheit? Keine Weisheit. Keine Weisheit. Hallo, schön, dass Sie vorbeikommen. Worüber würdet ihr denn gerne reden? Über das Weggehen. Wohin geht ihr? So, jetzt aber. Ihre Weisheit des Tages. Ich hab jetzt so oft Rolldruck gefallen. Hallo, junger Mann. Schön, dass Sie vorbeikommen. Wie lange sind Sie schon solo? 31 Jahre. Echt? Woran liegt's? Hallo. Schön, dass Sie vorbeikommen. Was halten Sie von Männern in kurzen Hosen? Geile Sache, oder? Und Ihre Frau? Hallo. Wissen Sie, wo ich einen rot-weiß gestreiften Pulli bekomme? Nee. Hm. Hallo. Hallo. Was geht ab? Oh, ich weiß gar nicht. Alles klar. Also, was ist denn mit den kurzen Hosen? Wenn die Beine dazu passen. Ja. Siehst du, die Beine? Ich bin nur so der Blick-Einser. Nee, ja, ja. Hey. Du wirst von deinen Alten verfolgt. Gleich habt ihr ihn. Hallo. Wärst du gerne in einer Girl-Group? In einer Girl-Group? Komm mal, schnell. Komm, wir reden doch gerade. Wir reden doch gerade. Ja. Ja. Ja, die Girl's. Wurde ich Sie um ein Getränk anschnorren? Sie können ja eh nichts machen, ne? Danke schön. Tschüss. Bitte, tschüss. Hallo. Von Uli Stein gezeichnet? Was? Wurden Sie von Uli Stein gezeichnet? Sie sehen so aus? Ja. Schön, ne? Ja. Du hast doch nie gesehen. Nee. Wie schön.